So Leute, herzlich willkommen zu Episode 3. In der letzten Episode haben wir es am Schluss ja endlich geschafft diesen Kannibalisten zu entkommen, oder Karnevalisten, nein, Karnevalisten waren in Köln. Den Kannibalen zu entkommen. Das ist nochmal wieder ne, was das letzte Mal so alles abging. Part halt so, wie im Fernsehen, wisst ihr ne? Ich mein, derjenige, der die Folgen von The Walking Dead streamt, der kennt das. Auch an jedem Anfang von den, oh mein Gott, Folgen so. Und nun sind wir natürlich gespannt, was es in der dritten Episode so gibt, vor allem nach diesem Video da. Äh, die kranken Leute. Ach stopp, die meint uns. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt mal natürlich gespannt. Ja, das ist mir klar. Telltale Games präsentiert, jetzt kommt Episode 3. Also, wie man gesehen hat, in der Vorschau für die nächste Folge, müsst ihr theoretisch das Ganze jetzt wieder in dem komischen Motel spielen. oder vielleicht auch nicht. Jetzt wieder in Mecken. Was machen wir in Meckhorn? Der lange Weg. Ja, schön gut. Na, so was gefällt mir nicht. Jetzt ist es ruhig. Zu ruhig. Du, halt die Fresse. War schon ein armer, unschuldiger Mann mit dem Herzkorch bei umgelebt. Ne, gut. Ne, der war ja schon tot. Jetzt ist echt ein bisschen zurück hier. Oh, Mann. Du hast noch deine Meinung gelegt? Über was? Wenn es um die Hölle raus zu machen. Ich hoffe, du bist in der Let's Stay Put-Camp, als ob ich alle rausgelegt habe. Wir sollten gehen. Motels laufen ihren Kurs. Und es ist nicht safe. Na, wenn du das so denkst, dann solltest du wahrscheinlich fucking sprechen. Lilly ist in. Alter. Alles im Ohr schwach. Sollen wir doch hier. Ein bisschen weiterziehen. Wir brauchen eine Strategie. Und ein sicheres Versteck. Ja, einfach so wie immer, ne? Ja, wir haben keine Optionen. Etwas ist besser als nichts. Scheiße. Du bist okay? Okay. Die Strecke kommen entfernt. Ich bin nicht sicher, wie viele mehr Treppen sie hat. Ich bin nicht sicher, wie viele mehr Treppen wir in uns haben. Okay. Der alte Witzball. Sollen wir es probieren? Ich glaube nicht, dass ich da noch hochkomme. Die hängt schon ein bisschen Schöp da, ne? Gut. Es sieht aus, wie sie es hat. Was jetzt? Ich will einen anderen Weg finden. Ich werde besser gehen. Ich werde weiter gehen. Ich werde weiter gehen. Ach, echt? Es wird bloß durch den Schöpflogen verflogen. Ich werde jetzt noch einen anderen Weg finden. Ich werde besser gehen. Ich werde weiter gehen. Ich werde weiter gehen. Lilly ist nicht so gut, hm? Ach, die... Ist gut. Wollen wir so... Sie wird schon wieder... Genau. Wenn du so sagst, du bist die einzige, die sie scheint zu geben. Aber du und Clem. Was machen wir jetzt eigentlich gerade da? Ja komm, tu mal das Ding befechtige. Ich habe gerade keine Ahnung, was da eigentlich vor hat. Vielleicht das Ding wegziehen, wie auch immer. Ich weiß aber irgendwie genau, weiß ich jetzt auch nicht. Ach so. Ach so. Oh doch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Kind stopp, nicht alter Mann. So, und schon haben wir uns eine Leiter gebaut. Duck was asking about that guy at Herschels farm last night. Really? I wasn't sure it phased him. Of course it did. Okay. Okay. Ja. Der schafft das schon. Gut. Das war's Steißbein. Das hört schon gar nicht gut an. Who the fuck, wer ist das? What the hell is that? A walker? Walker? Walker's still scream. Do they? Uh. Da fragen sich alles gleiche. We have to help her how there's no kidding tour we gotta do something Mimits will be in put her out of this Oh, schon wieder so eine moralische Entscheidung. Knallen wir sie ab oder lassen wir sie am Leben, dass alle gar herlockt und wir abhauen können. Was werden wir tun? Oh, das war das einzig Richtige. Müssen wir irgendwie ihr helfen. Ich will, dass die da elendlich zerfleischt wird, das ist doch scheiße so was. Sie verabschiedet sich ganz still, so still war die jetzt nicht gerade. Alles klar, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Alles mitnehmen... Alles mitnehmen... so lange zeit dass wir hier mal die die biege machen das ist überhaupt nicht gut kenne ich sagte wie du abhauen ja dann lauf offen auch flüchten das ist doch alles schlechter schatz jetzt fall doch um du ehren der penne mich in ruhe schon besser warum steht denn dann kommt noch heil immerhin wir haben etwas medizin erhalten das ist doch eine gute sache auch wenn wir vielleicht wenn wir sie nicht erschossen mehr bekommen hätten aber trotzdem alles voll pfeile oder die waldfee da geht es ganz schön vorwärts die gute kleine klemmen hier das wird auch mal Also, was hast du? Einfach was übrig. Das war viel, eigentlich. Mal schauen. Wir sind gut, übrigens. Gute Arbeit. Das wird uns weitergehen. Wenn wir so weitergehen, werden wir hier durch den Winter gehen. Der Winter? Wir werden uns hier wegschrauben. Weil du mit dir in einen R.V. mit dir, nach dem du mit meinem Vater gemacht hast, ist so wichtig. Hm. Hm. Genau. Oh Gott. Was ein Stress hier wieder. Oh. Oh. Ähm. 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 Warum hat das nicht funktioniert? Wir haben alles, was wir brauchen. Weil ich mich, Lilly. Nein. Weil Lee weiß, wie sich die Menschen vorlesen. Nicht nur Dinge. Ähm. Wie es kommt. Wie wir immer machen. Und wenn 15 Bandide umgehen, in den Mitteln der Nacht? Was dann? Wir gehen mit dem D.A. und Kratzen. Wir gehen mit dem D.A. und Kratzen. Wir sind doch alle ... Wir gehen mit dem, dass wir viel Zeit haben, um zu bekommen, was wir brauchen. Wir gehen mit dem D.A. und das ist ein Schmuck. Er hat sie mit dem D.A. und? Instead of what? Letting her suffer? She was dead anyway. It made the most sense in the moment. It was fucking stupid. But look, we've been putting our lives on the line doing these runs into the city. You wouldn't believe the shit we see. We all appreciate it, Ken. You all should be giving Lee health for not doing what needed to be done. It's not so easy to get me. We're not going to get me. Look, Macon and its people aren't saveable. It's not a town. It's full of walkers. And the people who were left are dying and wandering out onto the streets. It's hell on earth. And it's coming. This way. It's not going to be easier out on the road. How would you know? What I know? I know you're not above murder. I know somebody has been stealing our supply. That's right. Stealing. And I know the list of people I can trust you gets smaller every day. Now everybody get out. You're not above. They're not above. They're not above. They're not above. They're not above. You understand, Ken. All I know is. Whenever this shit happens. I'm the fucking bad guy. I'd like a thank you once. 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 Something comes into your head. You could say that. Was hat die denn vor? Ist klar, ist natürlich schön, dann gehen wir mal mit der Rätin, aber das Ganze erst in der nächsten Folge, bis dahin macht's gut und haut rein.